Warte, warte doch, ach ja, genau. Junge, wie der hat mich reingefahren. Sag mal, ist jetzt auch mal Schluss hier. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG. Leute, in der Vergangenheit habe ich ja schon mal ein kleines Experiment gestartet. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wer gewinnt, einen Lambo oder zehn Polizeiautos? Ja, ja, oh, 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 die kommen jetzt aber so. Ich starte, perfekt. Ja, ist ja gut, Jörg. Ist ja, ihr habt mich doch. Und ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Denn jetzt geht es ein Lambo gegen 20 Lamborghini-Polizeiautos. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen eskalieren. Oh ja, und stimmt. Leute, schreibt unbedingt in die Kommentare, was glaubt ihr, wer gewinnt? Der kleine Lambo hier oder die 20 Polizeiautos? Das werden wir jetzt herausfinden. Übrigens, wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Drei, zwei, eins, go. Oh, fahr doch. Fahr. Oh, ja, okay. Alles gut. Also aktuell kann ich sie noch so ein bisschen abschütteln. Alles klar. Okay. Aber ich habe das Gefühl, teilweise zerfetzen die sich auch gegenseitig. Ja, warte, lass mich mal kurz. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, alles gut. Perfekt. Ja. Au. Nein. Ich kann nicht mehr wegfahren. Oh Mann, Alter. Ja. Euch geht es doch gut, ne? Also von den 20 Autos sind nicht viele übrig geblieben. Allerdings, ich bin aber auch nicht... Aua. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Ich bin auch nicht komplett weggefahren. Warte mal. Test Nummer zwei. Ich muss jetzt hier nämlich wieder alle zack, 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 zack resetten. So, alle sind resetet. Und ich werde jetzt einfach mal direkt losballern und probieren, zwei Minuten lang zu entkommen. Dann sage ich drei, zwei, eins. Oh. Go. Start. Okay, ich ballere jetzt einfach direkt weg. Oh ja, ich komme. Ja, ja. Die sind mega weit hinten. Die Frage ist, wo fahren wir jetzt direkt hin? Oh, Alter. Wir sind viel zu schnell. Gleich 300 kmh. Easy going. Junge, die Polizisten können gar nichts. 320. Uh. Oh, nein. Alles gut. Alles. Tschölich. Au. Ja. Okay. Oh, ich kann noch... Nein, da kommt einer. Hahaha. Da kommen ein paar mehr. Da plötzlich kommen sie alle. Gut. Ja, okay. Alles klar. Das hat nicht so gut funktioniert. Es haben aber mehr Lambos überlebt, als ich dachte. Okay. Das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Ich stelle die wieder alle wunderbar auf. So. Easy going. Oh. Ey, ich werde die austricksen. Drei, zwei, eins. Ah. Timer. Pause. Start. Und zwar werde ich gucken, dass ich erst hier längs fahre, dann hier oben rüber und dann kommt... Oh, ja. Super, super Planfalle. Ach, das ist doch... Ja, ich komme hier aber nochmal raus. Sehen die mich? Ja. Kein Problem. Moin. Ja, war gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt hier nur einmal es schaffen zu drehen. Komm. Zieh, zieh, zieh. Hahaha. Mann. Lass mich in Ruhe. Okay. Das war ein Griff ins Klo. Aber die Taktik war an sich... Ah. Gar nicht so... Nein. Gar nicht so schlecht. Boah, Junge. Übertreib. So. Und zwar... Ich muss es einfach nur hier schaffen, die auszutricksen. Ja. Ja, ja, ja. Sehr... Oh, ja. Oh, nee. Da kommen die jetzt alle. Komm ich da irgendwie durch? Ja. An dem vorbei. Jawohl. Nein. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Fang dich. Fang dich. Und ballern. Warte. Ich mal abbrechen. Start. Jetzt ist der Timer gestellt. Aber die kommen da gar nicht durch. Doch. Oh, oh. Einer ist da. Fahr, fahr, fahr. Das ist der... Oh, das ist der Schlaue von denen. Aber er ist der Einzige. Oh. Oh, das war knapp. Ist er noch da? Er ist zu langsam. Ich baller jetzt einfach hier weg. Aber es ist... Nein. Oh. Mega Glück gehabt. Einfacher als gedacht gegen die 20, oder? Vor allen Dingen, das sind ja auch Lambos. Vor allen Dingen, ich bin doch keinmal richtig geflüchtet. Aber diesmal müsste ich es schaffen. Der ist, glaube ich, nicht mehr hinter mir. Nee, nee. Die Frage ist, kommt er da noch? Eine Minute muss ich noch überleben, circa. Hallo? Ist da jemand? Herr Polizist? Frieden? Hä? Den hat es irgendwo zerrissen. Oder der weiß nicht, wo ich bin. Nee, der ist weg. Krass. Wir haben es geschafft. 20 Sekunden noch. Da wird keiner mehr kommen. Hier vorne ist er stecken geblieben. Komm her, Alter! Ja, aber komm. Oh ja, guck, da klingelt's. Meiner Meinung nach habe ich da sowas von geworden. Oh, was denn jetzt? Als ob der Wagen noch fährt. Was macht da so komische Geräusche? Das ist doch nicht mein Auto, oder? Warte mal, ich ziehe den mal hier zur Seite. Das... Wenn das... Junge, warum fährst du denn noch? Der würde noch fahren. Ja gut, aber... Nicht so redig. Die stehen einfach hier noch. Leute, was ist bei euch falsch? Könnt ihr mir das mal kurz erklären? Okay, vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen zu overpowered. Ich werde das jetzt so machen. Und zwar... Ich nehme ein langsameres Auto. Hier, das Ding. Dieser ganz kleine... Kleine Wagen. Zack. Aktuelles Ersetzen. So. Ey, wenn die das jetzt nicht schaffen. Los geht's. Oh. Oh. Aua. Nein. Okay. Ja, das ist jetzt aber auch ein bisschen unfair. Oh, oh. Ich fahr noch. Ich fahr noch. Ich fahr noch. Alles ist gut. Ich bin noch da. Oh, Alter. Ist jetzt aber... Hallo. Alter, der quetscht mich, der quetscht mich da total ein. Gut. Okay. Das hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber wenn ich es vielleicht für einen besseren Start... Ich darf halt... Ich muss gerade bleiben. So. Und... Go. Fahr, 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 fahr. Aha. Ach, komm. Warte, warte doch. Ach, komm. Ja, genau. Junge, wie der hat mich reingefahren. Sag mal, ist jetzt auch... Ist jetzt auch mal Schluss hier. Ich habe das Gefühl, ich bin so richtig der Spielball von denen. Alter, was haben die mit mir gemacht? Okay. Mit einem langsam... Also, das Auto ist zu langsam. So, hier der. Der ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass der ein bisschen robuster ist. Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ja. Der eine kommt an mich ran. Aber man ist jetzt auch nicht... Oh, nein. Der hat mich... Oh. Au. Au, 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 au. Junge, was läuft bei denen falsch? Äh, ich bin doch da. Ja, aber irgendwie... Au. Ihr habt doch alle... Ihr habt wirklich alle einen an der... Gut. Also, mit dem ist es deutlich schwerer. Aber ich schaffe es. Ich glaube, hätte ich komplett durchgezogen, wäre ich weggekommen. Let's go. Einfach jetzt durchziehen. Ah, der eine. Oh, der ist schneller. Ich versuche aber so zu agieren, dass er mich nicht wieder umdreht. Oh, let's go. Was ist los bei dir? Oh, und der crasht die anderen. Top-Speed-mäßig sind die mir natürlich weit überlegen. Vor allen Dingen auf der geraden hier. Aber ich weiß, da hinten ist auf jeden Fall ein Tunnel. Aber der geht auch gut. 250. Ja, wo ist dieser Tunnel? Ich gehe schon mal leicht vom Gas. Ja, ja, da kommt alle mich. Und hier muss ich wesentlich langsamer werden, damit ich hier schön in den Tunnel rein... Ja, das war gut. Ja. Bisschen langsamer. Kommen die? Ich höre doch da. Oh, da vorne sind sie. Komm, bitte. Baller, 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 baller. Oh, die kommen immer näher. Die kommen... Ich höre sie doch. Vielleicht... Ah, gleich beim Rausbeschleunigen. Komm, fahr, 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 fahr. Der ist direkt an mir dran. Der ist direkt... Nein! Komm, Junge. Mach es. Stopp, 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 stopp. Wir fahren einfach wieder zurück. Au. Irgendwas ist kaputt. Oh nein, ich höre die schon wieder. Nein! Junge, was ist denn falsch? Sag mal, was ist denn falsch bei euch? Hör doch... Nein, der kommt... Ah, da kommen sie. Die und die... Er gibt einfach nichts. Er crasht seinen Kollegen. Der crasht in mich rein. Das war's. Der Junge... Au! Sag mal, wo kommt ihr denn jetzt plötzlich wieder alle her? Okay, ihr habt gewonnen. Aber ihr fühlt euch... Weißt du, gemeinsam fühlt ihr euch alle so stark. Aber was macht ihr denn gegen den LKW oder so? Der Schulbus. Ah, warte mal. Das könnte von der Länge ein bisschen problematisch werden. Und... Go. Oh, oh. Au. Ja, ich bin... Ich bin auch viel stärker. Du kannst mir... Du kannst mir gar nichts. Ich bin für den Bus. Wie die Bekle... Bam. Ja, juckt mich aber nicht, Jungs. Oh. Ah, falsche Richtung. Falsche Richtung. Einmal kurz hier wieder runter. Dankeschön. Das ist krass, was für einen Unterschied das macht. Oh. Ja, was rollt denn da? Moin. Guten Tag. Mein Name ist Paluden. Oh, warte mal. Ich geb mal kurz Gas. Tschüss, Loser. Oh, was? Warum kann der denn so mithalten? Weil der... Ich glaub, der hängt an mir dran. Aua. Ja, das war... Das war ein bisschen dumm. Weil so schaff ich's, glaub ich, nicht mehr zu drehen. Weil alles bei mir kaputt ist. Oh, da kommt einer, der ist jetzt hier aber ganz, ganz mutig. Da kommen noch ein paar, die ganz mutig sind. Junge, diese Zerstörung macht einfach so viel Spaß. Ich würde ganz gerne am Anfang richtig wegfahren und dann drehen. Oh ja, warte mal. Oh, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und zwar, ich gehe in den F11-Modus. Dann kann ich nämlich hier den Bus nach vorne verschieben. Und zwar nach hier hin. Ich glaub, ich kann ihn auch irgendwie drehen. Hiermit. Oh ja, ich werde da so durchfetzen. Und dann würde ich sagen, let's go. Guten Tag, liebe Polizei. Oh, oh. Alter. Ja. Bisschen, äh, wie durch Buddha. Aber nur gut, Leute. Das war's mit einer kleinen Folge von Beemanji. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. Schaut doch gerne auf paluten.shop für Mini-Paluten und vieles mehr vorbei. Gönnt euch die neueste Folge vom Kottbruder-Podcast. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.